Digga, ich verstehe das nicht, Digga. Warum machen die das? Digga, ich scrolle nur auf meine For You-Page. Digga, bitte, sagen wir mal zu sprechen. Und dann sehe ich sowas, Digga, warte mal. Ich muss fokussieren. Digga, wie stehen die sich das vor, Digga? Und damit, moin Leute von der Internet, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute träumen wir einfach Leute in Fortnite Open Queue. Das heißt, wir suchen Teams, finden Gegner und Mitspieler. Ich hoffe, das wird witzig. Let's go. Hallo? Wie geht? Kannst Deutsch? Doktor Nudelfresser. Sowas. Warte mal, heißt du Ronny? Ja, aber, ja. Su. Findest du jetzt mein Name lustig? Ja, ja. Wollen wir jetzt, du heißt Nudelfresser und findest Trommeln? Legende, Legende. Weltwebelentenbo. Was ist eigentlich mit euch los, haben wir mit eurem Namen? Der hat's erst gesehen. Ja, die Doktor Nudelfresser hat mich so abgedeckt. Ja, ja. Ich bin halt so charmant, verstehst du? Ja, ja. Du nicht, aber dein Name ist. Boah! Den Nehmer-Skin. Wenn ich gewusst hätte, dass ich heute noch Doktor Nudelfresser treffe, hätte ich mich selbst anbogen. Ja, ja. Hallo. Jeder macht mal Fehler. Du mit deiner Persönlichkeit. Halt dir das. Nimm dir den Kidd weg, du kleiner Hund. Du hast sicher. Ich hoffe, du stirbst. Und Ronny, wie kommst du bei dir, dass du um 13 Uhr... ... um Freitag 100 zockst? Nein, schauen wir mal auf die Uhr, wie später es ist. Ja, du musst es ja mal gerade erst ausmachen. Ich weiß noch nicht, ihr habt keine Hobbys. Deswegen spiele ich Fortnite. Natürlich. Und ich suche gerade neue Freunde, deswegen. Ich hab keine Freunde. Komm her, komm her, Trick. Nee, ich brauch selber. Nee, ich brauch selber. Gewehr. Ich mach mir rein. Eins voll noch. Das reicht. Du brauchst noch an. Du brauchst noch an. Du brauchst noch an. Du brauchst noch an. Ja, jetzt bist du in der Zone lang, ne? Ich komm von oben. Nein, ich hab keine Nummer mehr. Stark Jungs, Stark Jungs. Jungs kommt her. Da kommen noch welche. Hey, kommst du ja. Ist der so weit? Ja, der geht zurück. Ja, der ist jetzt auch noch mit, gell. Der MP-Spiel hier. Alter Jungs, danke für den Carry, Alter. Wow. Ich hab den gar nicht gesehen. Unten, unten bei mir. Der hat minus 80 ungefähr. Der ist hier bei mir. Der ist weg, oder? Ey, Jungs. Oh mein Gott. Hab ihn. Wir haben alle. Wir haben alle. Adi saß noch schnell hoch. Jungs. Ich hab Sex. Ich hab Sex hier. Vanillas, was ist los, Junge? Ja, bin da, bin da. Ja, sorry. Man hat die Flächer-Munitionen. Ja, komm her, komm her. Ich hab 116. Ich hab 500. Ich hab 500. Komm her. Ach so, ich dachte dir. Boah, ich hab sogar OG. Natürlich. Äh, der eine hat... Der ist... Stabiler, Mannachrollen. Äh, Mann, ne Masken ist OG, was siehst du. Der ist... Ich würde lustig. Der Masken ist OG? Ne Masken, ja. Ich hab den auch. Ja, du bist auch OG. Oh mein Gott, ich bin fett gelesert. Ne, noch hast du vielleicht irgendwas... Oh, bin worden. Ich hab gar nichts mehr. Ey, er war reingnockt. Ich hab reingnockt. Ich hab reingnockt. C4. Ne, ich spamm ein bisschen. Vielleicht waren die irgendwo. Ja, läuft ihr ruhig weg. Ich schau mal kurz. Okay. Hey, Jungs, schaut drauf. Jungs, schaut drauf. Was? Oben, oben. Hallo, Skybase. Skybase, wissen wir. Dem Spider-Man-Handy, dem Spider-Man-Handy, oder? Ja, ich hab ihn angeschossen, er stirbt, glaub ich. Hab einen. Hab auch einen. Einer noch mal. Ne, einer, einer nur. Nice. Schi-schi-jung. Wuhu. Handshack, unser Plan hat er super funktioniert. Ja. Hahaha. Scheiße. Wir wollten eigentlich Leute trollen, das ist halt irgendwie nicht so klar. Ja, klar. Wie viele Kills habt ihr? Er war zu korrekt dafür, er war zu korrekt dafür. Ich hab sieben Kills und sechs Assists. Ich sag nichts dazu. Wollen wir raus? Wollen wir raus? Wollen wir raus? Wollen wir raus? Was geht, Digga? Jungs, was los? Was los, Digga? Ja, Connick, Digga. Was geht? Hallo? Was geht? Was geht? Was geht, Jungs? Wir hatten da nebenher im Hintergrund, Jungs. Oh, können wir epischen holen? Ja, wir haben eben epischen geholt. Haben wir gerade auch gemacht, da hatten wir 30 Kills insgesamt. Wie alt seid ihr denn so? Der eine hört sich gefühlt an wie 80. Digga, nehm ich ihn nicht so hops? Wem meint's jetzt, mich oder ihn? Ich. Hä? Vielleicht an. Digga, der Typ ist 12 oder so. Ich bin 14, der andere ist 19. Digga, warum brauchst du mich runter, du? Ey, könnt ihr Freundschaftsanfragen annehmen? Ja, mach mal nach der Runde. Ich bin zu fame. Ich bin zu fame, ich hab 3000 Freundschaftsanfragen. Wird schwierig, aber ich guck mal. Ey, ihr seid hoffentlich gut im Fortnite, weil ich bin scheiße. Ja, ich bin jetzt nicht grad so aufgeworfen. Mach gerne, mach gerne, Mann. Mach gerne, mach gerne, Mann. Oh! Ich bin... Oh, okay. Ja. Und wo? Ja, Digga. Kann nicht auslösen. Gott, ne, Jungs. Ja, das schreien jetzt immer alle an und das mag ich nicht so. Ja, warte doch. Ja, Junge. Wie alt mein Onkel und mir? Soll ich jetzt sagen, wie alt mein Onkel ist? 33. Nee, der ist 13. Dein Onkel ist 13. Dein Onkel? Ja. Da oben, oh Gott, von den... Oh, Mann. Der eine ist One-Shot, der eine ist One-Shot. Alles Gute, Jungs. Digga, dein Onkel kann gar nicht 13 sein. Wie sauer, Elf. Der ist der kleine Bruder von meinem Papa. Der ist der kleine Bruder von deinem Vater. Digga, wer alt ist deine Oma? Der ist der Vater, Fuxi oder was? Der ist der Zahn. Der ist der Zahn. Der ist der Zahn. Der ist der Zahn. Nein! Jungs, kommt mal mit. Chill, warte, ich bin hinter dir. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Lass Jump-Head machen. Wir müssen in die Zone. Warte, ich geb euch nochmal schön. Jungs, baut mal hoch. Ich hab nicht mehr so viele Mets. Ja. Hier die Halo und so. Ich hab was mit den Nachrichten. Ich hab einfach den ganzen Nach-Nach-Nach-Nach-Los-Vornommen genommen. Ich kann es nicht mehr so viel. Ey, lass mal zu den Gegnern dahinten. Lass mal zu den Gegnern dahinter. Jaja, Jump-Head, Jungs. Hoch. Ich hab keins. Komm. Ich hab eins, komm. Ja, du. So ein Pisser. Nein! Junge, wir hier sind los. Hendrik, komm ich mal hoch. Ah, du bist gestorben! Ja, Junge! Ja, ich hab... Ich... Ich... Seh gar nicht sein Ernst, Alter. Ich wusste, dass er es macht. Aber gehst du denn selber da hoch? Ich will kurz mit ihnen in den Busch gehen. Lass ihn nicht runter. Lass ihn nicht runter. Lass ihn einfach nicht runter. Lass ihn einfach nicht runter. Lass ihn da hoch. Oh, hier. Für den Gegner. Eine Opfergabe. Nein, nein, nein. Gib das dem Mammut. Für die Schäbel. Junge, dieser kleine Uhlensohn. Ey, du. Geh mal her, Junge. Der ist L-Bock mit Tolo. Ey, da hat wirklich ein Bock. Korn-Op-N-A-P. Digger! Ey, danke für deine Metz. Kuss. Ich hab ein Jump-Head, Jungs. Lass mal hochfahren. Nee, nee, nee. Darauf hab ich... Du hast mich in die Zone geworfen. Ja, das war aus Versehen. Wollte ich nicht. Tut mir leid. Wollen wir nicht wieder blämen, okay? Dann ne? No, eigentlich nicht. Ja, genau. Wie geil, Alter. Na, okay. Die fangen jetzt wieder an. Deswegen spiel ich auch wieder richtig. Ja. Der Erd zum Maul. Wann hast du angefangen? Hast du den Mako-Gleiter? Ja, ja, ja. Nee, hab ich da leider nicht gekauft. Mein Alter hab ich schon welche verkloppt. Und die haben geheult und alles. Da musste sogar einer in ein Krankenhaus. Echt, Digga? Warum hat der geheult? Als ich eine volle Kanne in die Fresse geschlagen hab. Weil der mich für andere lustig gemacht hat. Ja, okay, genau so richtig. Dann gibts den erstmal ne miese Bombe, ne? Ja, ja. Sonst hat er keinen Respekt. Kann er einfach seinen Daumen abreißen. Ja, ich kann es auch noch. Oh, Digga. Ja, ich will lieber sein Schnieder, aber... Wie kann er einfach seinen Daumen abreißen? Wie wenn einem kann das denn? Warum Daumen? Warum der Daumen? Es ist leider auch gar nicht sein Schnieder, weil ich mir ja nicht meinen hat. Was? Was? Und er hat keinen Daumen? Warte, ne? Hab der eigentlich einen miesen Fortnite klar? Er wollte ja nur sein Fortnite da. Ja, ja bitte, bitte, bitte! Der müsste aber eine Prüfung bestehen. Ja. Ich hab, ich hab... Ich hab... Ich hab Lebkuchen-Renegade. Lebkuchen-Renegade? Hm? Ah, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich hab Stern-Spitz-Hacker auch. Oh mein Gott, mein M gerade. Nee, ich kann nicht mehr. Ich bin zu aufgeregt, Digga, wenn mir jemand mit dem Renegade-Rader zu... äh, mit dem Lebkuchen-Rader zuschaut. Kannst du nix machen. Ey, könnt ihr meine Freundschafts-Anfänger bitte an ihn? Ich bin noch nicht tot, alles gut. Er hat verlassen, Digga. Wo ist Richter hin? Oh Mann. Warum hat Richter verlassen? Wieso ist er seine Bräuchteinfrage an ihm? Er verlässt einfach. Das macht er ja. Aber ey, Nudelfresse, sag das mal bitte nicht deinem Vater, ne? Na, mach ich nicht, alles gut. Was? Achso, nee, man darf ja Fortnite erst ab 12 spielen und so, und... Mein Vater ist halt so Kundenservice bei Epic Games, deswegen. Nur Kundenservice, aber... Ich krieg trotzdem gratis V-Bucks hier und jede. Haben wir auch schon Richter, also Finn, also... Und deswegen hat er auch, ähm, die Akonik-Skin und so. Mhm. Der hat sogar Renegade. Wann habt ihr angefangen Fortnite so zu spielen? Season 1. Also auf diesen Akon... Auf diesen Akon... Auf diesen Akon... Welches Season 1? Kapitel 2? 3? Sorry, was mein Headset war weg. Bitte? Ich hab einen Akon, der ist Season 1. Habe ich hier einen OG-Skin. Habe ich auch. Aber mit diesem Akon spiel ich jetzt zur Zeit. Warte mal, warte mal. Warum spielst du denn mit diesem Akon? Vor vier Jahren, vor vier Jahren war es Season 1. Vor vier Jahren. Allianz-Opa. Allianz-Opa Spielkoll auf diesen. Der, da warst du sechs. Wie vier? Ja. Der, da warst du sechs. Aber nicht auf diesen Akon. Ja, ja, ich weiß. Oh nein. Da hab ich auch keine Waffe. Und du hast kein Geld für die ganzen Sachen ausgegeben? Ja, ich hätte immer noch nichts zu bauen. Ja und Richter, alles hängt auf dich. Wenn du das schaffst, geb ich dir 50 Euro. Schaff ich eh nicht. Oh mein Gott. Und von mir kriegst du auch nochmal 50 Euro. Du hast gar kein Geld, laber nicht. Schaff ich eh nicht. Und du darfst in unseren Clan. Oh. Ich werd's easy nicht schaffen. Ja, was soll ich machen? Schade. Schade. Bühlt ihr euch auch was anderes aus der Fortnite? Ja. Was denn? Oh, noch Bluten. Aber das ist ja wirklich erwachtsam. Warzone oder Vanguard oder was? Warzone. Okay. Okay. Und hast du schon richtig viele Wins geholt? Nö. Immerhin ehrlich. Immerhin ehrlich. Tigger. Boah, mit Hapune bin ich ne Legende. Ich auch. Von GTA auf Hapune. Man kennt dich. Ey, Leon und ich sind die Klassen-Clowns. Ah. Ja, dass ihr Clowns seid, weiß ich ja schon. Welche Klasse seid ihr? Vierter? Ne, ich glaub die sind schon Fünfte. Ne. Die sind doch vierte. Vierter. Wir sind doch nicht auf der Weiterführenden Schule. Seid ihr die Coolsten in der Klasse? Ja. Ja. Außer, außer Mika, diese Schmalle. Was kann denn Mika? Was kann denn Mika dafür? Was kann denn Mika? Was kann denn Mika? Was kann denn Mika? Mika ist unser Kumpel, der ist aber dick. Und dicke sind keine Menschen oder wie ist das? Dicke tolerieren wir nicht, musst du sagen. Ich hab ne Schwabbelkette. Der arme Junge. Warte mal, was? Hey, du schwarze Penisform. Den kann ich in real life. Den kannst du in real life? Nein. Ja, den können wir in real life, ja. Oh mein Gott. Das ist mein Lieblings-Tanz. Ey, das kann nicht sein, oder? Doch. Als ob ihr den in real life könnt. Und Orange, das ist. Das könnt ihr in real life? Ja. Dicke. Alter. Und mit Blick bei, äh, hier, Supertalent anzumelden damit. Ja, stimmt. Ja, aber ich fast. Leon kann den am besten. Er kann's ja nicht so gut wie Leon. Ist Leon eher so der Bessere unter euch? Ja, Dicke. Er kann voll richtig gut den Tanz. Bei mir stimmt. Beine, Arme, alles. Ist so. Dicke, ich bring seine ganze Familie um. Dicke. Dicke. Was machst du mit seiner Familie? Umbringen. Wegen Fortnite? Zu viel Stress wegen Fortnite. Ja, den lege ich mit nem kleinen Finger um. FIFA Beste, Dicke. Habt ihr ein gutes Ultimate Team? Meinen Papa spielt Fußball. Ja, mein Papa auch. Okay, das reicht nicht. Okay Jungs, ist sehr geil. Wir sehen uns wieder auf YouTube, ne? Mr. Hendrixen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.